Wenn es in der Pädagogik um den Medienbegriff geht oder um die Vermittlung von Medienkompetenz, stößt man oftmals auf die Unterscheidung in analoge und digitale Medien. Aber was bedeutet eigentlich analog und digital und worin liegt der Unterschied zwischen analogen und digitalen Medien? Das Hauptmerkmal analoger Medien ist, dass sie nur in eine Richtung funktionieren. Sie reagieren nicht auf die Person, die sie nutzt. Sie können angesehen, an- und ausgeschaltet oder angehalten werden. Digitale Medien hingegen reagieren auf die Person, die sie nutzt. Mittels Tablets oder PCs mit Internetzugang, Smartphones und anderen digitalen Geräten können wir mit anderen in Austausch treten. Auch die Interaktion zwischen Medium und Mensch ist hierbei möglich, zum Beispiel bei digitalen Spielzeugen. Durch die vielfältigen Funktionen digitaler Medien, wie zum Beispiel der Berechnung, Speicherung, Verarbeitung, Verteilung und Darstellung von Inhalten, werden verschiedene Formen der Kommunikation und Nutzung möglich. Aus dieser Vielfalt heraus entsteht ebenso eine Verantwortung, digitale Medien als Werkzeuge zu begreifen, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen speziell auf die kindliche Entwicklung haben können. Ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien und die Begleitung durch Erwachsene steht demnach vor allem im pädagogischen Bereich an oberster Stelle. Ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien und die Begleitung, edaan-Darren, interrogationen Medien und die Begleitung, zu den Großel guck zu Untertitelung des ZDF, 2020